Und jetzt ist sie bei uns im Studio, Conchita, schönen guten Abend. Vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Lieber Conchita, erstes Adventwochenende, morgen ist erster Adventssonntag. Bist du schon in Weihnachtsstimmung eigentlich? Ich bin in Weihnachtsstimmung ab dem 1. September spätestens. Wirklich? Ja, sobald ich merke, der Sommer ist vorbei, zieht bei mir die Weihnachtszeit ein. Und merkt man das bei dir zu Hause auch? Dekorierst du ganz gern? Wie schaut es bei dir daheim aus? Ja, es ist absurd. Ich liebe Weihnachten zu einem Ausmaß, man könnte es krankhaft sein. Ich dekoriere wahnsinnig gerne, sehr bald. Ich höre durchgehend Weihnachtsmusik und bin auch immer noch ein Riesenfan von Last Christmas. Ich wollte gerade fragen, das erste Mal im September gehört schon, oder? Ja. Nur zur Erinnerung, welche Tonart es war. Trifft man dich eigentlich auch auf Christkindl-Märkten in Wien? Gehst du von Bunch ab und zu? Man trifft mich schon auf Christkindl-Märkten, nicht zwingend mit Perücke und falschen Wimpern. Das heißt, für alle, die mich vielleicht sehen, sind sie so nett und ignorieren sie den jungen, betrunkenen Mann. Einfach weitergehen. Wir haben gerade den Beitrag vorher gesehen, gestern hat zum ersten Mal ein HIV-Gedenkgottesdienst im Stephansdom stattgefunden. Eine wirklich bemerkenswerte Öffnung, muss man sagen, der Kirche. Ein Zeichen der Toleranz. Wie siehst du denn so eine Veranstaltung? Wird unsere Gesellschaft generell liberaler? Ähm, oh, das ist eine große Frage. Die Veranstaltung gestern Abend war unglaublich wichtig und tatsächlich wirklich auch geschichtsträchtig. Denn, dass die katholische Kirche sich tatsächlich dazu bekannt hat, dass es HIV und AIDS gibt, ist monumental. Und dass dies in Österreich passiert ist, erfreut mich sehr und erfüllt mich mit großer Hoffnung, dass wir eben, wie soll ich sagen, auf eine Gesellschaft zusteuern, die dann doch inkludierend ist. Und es eben feiert, dass es viele verschiedene Persönlichkeiten und Menschen gibt auf diesem Erdball. Und eben nicht nur, wie soll ich sagen, ein Idealbild. Du bist heute bei uns, weil du heute Abend und morgen Abend im Konzerthaus ein großes James-Bond-Konzert gibst, gemeinsam mit anderen Künstlerinnen und Künstlern. Bist du ein James-Bond-Fan eigentlich? Ich freue mich wahnsinnig auf diesen Abend. Und ich hatte definitiv einen Fangirl-Moment, Sandra Pires, Maya Harkford, Nazi Day. Das sind alles so großartige Sängerinnen und große Stimmen. Und ich freue mich unglaublich, mit denen auf einer Bühne stehen zu dürfen. Und nein, ich bin nicht per se ein James-Bond-Fan. Ich finde die Filme eigentlich auch relativ langweilig und habe noch keinen einzigen bis zum Ende gesehen. Aber ich liebe die Musik. Und weil ich das immer sage, weiß ich auch, dass ich nie einen James-Bond-Title-Song singen werde, wenn ich gestehe, dass ich die Filme eigentlich gar nicht so toll finde. Gut, vielleicht wird es nicht übersetzt auf Englisch, dann werden es die Produzenten nicht. Gibt es denn auch wieder mal eigene Songs von dir? Übrigens, James-Bond, der Abend wird zu sehen sein am 24. Dezember, bei uns in Licht ins Dunkel. Aber gibt es von dir wieder mal eigene Songs zu hören auch? Ja, ich arbeite an meinem zweiten Album und ich freue mich sehr, verkünden zu dürfen. Dass es tatsächlich schon Formen annimmt, die mich sehr freuen. Denn ich habe eineinhalb Jahre damit zugebracht, zu probieren, Songs zu schreiben, meinen Musikstil zu finden. Und ich habe das Gefühl, jetzt bin ich wirklich angekommen und sitze mit den richtigen Menschen am Tisch. Und jetzt passiert eigentlich ein Song nach dem anderen. Und es macht wahnsinnig viel Spaß und ich freue mich, dass es nächstes Jahr soweit ist. Das heißt, wann wird es soweit sein? Nächstes Jahr im Frühling? Im Frühjahr muss eine Single am Tisch liegen. Das weiß ich und das wird auch passieren. Und wann dann das Album released wird, weiß ich nicht genau, ob es dann unmittelbar danach kommt oder erst im Sommer. Aber nächstes Jahr ist es soweit. Vielen Dank für den Besuch heute bei uns. Das Gespräch mit Conchita haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Denn in etwa einer Viertelstunde steht sie bereits bei der James-Bond-Gala auf der Bühne. Vielen Dank. Vielen Dank.